Herzlich Willkommen, Leute. Also Herzlich Willkommen, Leute. Ja, mal wieder zu einem Party Sims 3DS. Und ich hoffe, ihr könnt auch mal auf meinen Kanal gucken, weil ich habe auch mit den Kuscheltieren gesungen. Weihnachten ist nicht mehr bald. Ich hoffe, ihr hattet gestern tolle Geschenke. Ich hatte gestern einen Husky als Kuscheltier bekommen. Der ist knuffig. Und die Sims 3 Lebensfreude. Das hat mich dann auch gefreut. Ich hätte fast geweint und ein paar Ohrringe noch. Und, ähm, ja, das ist auch eine Botschaft für Teilraffin. Teilraffin. Ich werde dir ein Video, ähm, ja, also zusammentrehen. Aber da ich ja nicht bei der, bei dem Sims, da, also bei der Sims 3 Community angemeldet bin, ähm, muss ich das mit meinem Handy aufnehmen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Also, es ist, hoffentlich bist du mir da nicht böse, wenn es dann arg flackert. Und ich hoffe, dir wird dann, äh, meine Familie gefallen. Und, ja, ich kann dir nur eins sagen. Und, ähm, meine Familie wird mal wieder ein kleines, ähm, Baby bekommen. Aber, ja, du kannst dir ja, ähm, ähm, raussuchen. Ich hoffe, wir können dann auch mal was zusammen machen. Und, ähm, ja, und das würde mich dann auch freuen, weil, ja, und ich hoffe, du abonnierst mich. Und, ja, hoffentlich hat's die, hat dir die Botschaft, ähm, ähm, gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich da mitmachen dürfte. Bis dann, Teilraffin. Bye! Bye!